Sonntag 10. Juli 2022, Barmherziger Samariter Jesus sagte, Mein Volk, es gibt viele Menschen, die meine Gebote lesen und sie kennen, aber sie müssen dieses Kopfwissen in ihre Herzen übertragen. An euren Handlungen und guten Taten erkenne ich, dass ihr eure Nächstenliebe in fruchtbare Taten umsetzt. Ich schaue in das Herz, um die Absichten eures Handelns zu erkennen und umzusehen, ob ihr die Dinge aus den richtigen Motiven heraus tut. Manche Menschen tun Dinge nur zur Schau oder um auf Kosten anderer einen Gewinn zu erzielen. Wenn sie also jemandem helfen, tun sie es aus der Güte ihres Herzens heraus, ohne nach einer Belohnung zu suchen. Wenn du das tust, wirst du deinen Lohn im Himmel erhalten. Auch wenn sie ihre täglichen Gebete sprechen, sollten sie gute Vorsätze für ihre Familie und Freunde fassen. Wenn ihr im Verborgenen Gutes tut, wird euer himmlischer Vater euch auch im Verborgenen belohnen. Ich liebe euch alle so sehr, und ich erwarte, dass ihr mich und euren Nächsten auch liebt. Übersetzt mit www.depel.com slash translator, kostenlose Version.